So, Kroller-TV. Was ist los, Herr Heinsinger? Nichts ist los. Ja, nichts ist los. Neues Reglement in Ordnung? Nee. Überhaupt nicht. Gefällt's, gefällt's. Ja, ja. Du hast auch noch filme, ne? Ja, ja. 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 Was ist los? Zu wenig Gewicht? Ich habe 450. Und der? Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal.